Gute und herzlich willkommen zu einem weiteren Calcio Berlin EM Guide. Und ich habe die große Ehre, euch die Three Lions vorzustellen. England. EM Guide. Ja, die Engländer sind seit Jahren eine der talentiertesten Truppen und sind auch im Jahr 2024 unter Gareth Southgate am Start. Ja, Gareth Südtor, wie er in Deutschland genannt wird. Inzwischen seit acht Jahren der Chefcoach der englischen Nationalmannschaft. Und einer der Hauptkritikpunkte an Southgate ist, dass er zu wenig nach Leistung nominieren würde und eindeutig seine Lieblinge hätte. Man muss aber trotzdem Southgate zugutehalten. Wenn man sich England in den letzten 20 Jahren anschaut, dann ist er einer der Ersten, der es geschafft hat, aus einer immer individuell unglaublich gut besetzten Truppe eine echte Mannschaft zu machen. Und nicht nur eine echte Mannschaft, sondern eine Top-Mannschaft. Tatsächlich ist Southgate jetzt schon einer der erfolgreichsten England-Trainer aller Zeiten. Gut, das liegt natürlich auch daran, dass England nur einen einzigen Titel gewinnen konnte. Aber er hat den höchsten Punkteschnitt aller England-Trainer. Er ist am drittlängsten im Amt. Und mit dem nächsten Testspiel wird er auch der Trainer sein, der die drittmeisten Länderspiele als Coach an der Seitenlinie für England betreut hat. Und auch sein Erfolg bei seinen bisherigen Turnieren, der kann sich durchaus sehen lassen. WM 2018 erst im Halbfinale Schluss. Im EM-Finale 2020 verliert man im eigenen Land in London gegen Italien. Bei der WM 2022 scheitert man erst am späteren Finalisten an Frankreich. Und so sah dann auch die Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 aus. Die Engländer ungeschlagen durchmarschiert. Sechs Spiele, also sechs Siege, acht Spiele, Gruppensieger. Kurzer Diskurs. Ich will nur nicht hören, dass euch keiner gewarnt hätte, aber es gibt unglaubliche Überlappungen zwischen der Gareth Southgate und der Jogi Löw-Timeline. Beide übernehmen in einem Jahr mit einer sechs hinten. Der eine 2006, der andere 2016. Beide sind acht Jahre Bundestrainer, Nationaltrainer und beide sind nah dran und gewinnen im achten Jahr einen Titel. Also, Gott bewahre, ich sage nur, es wäre jetzt Zeit. Also, gehen wir rein in die englische Aufstellung. Während Gareth Southgate am Anfang seiner Amtszeit eigentlich noch vermehrt auf die Fünferkette setzte, ist er nun schon länger im 4-2-3-1 oder, je nach Gegner, im 4-3-3 angekommen. Und jetzt habe ich euch ja oben bereits gesagt, dass einer der Hauptkritikpunkte an Southgate in England ist, dass er zu sehr auf seine Lieblinge setzt und zu häufig dieselben Spieler nominiert, unabhängig von ihrer Leistung in Vereinen und Nationalmannschaft. Jetzt, wo ich das gesagt habe, ist mein nächster Satz. Die gesamte Viererkette, inklusive Torwart, spielte in Southgates erstem Turnierspiel bei der WM 2018 in der Startelf. Jawohl, es ist mein voller Ernst. Diese vier Jungs plus Torwart, also fünf, spielen alle auch 2024 im Tor. Keine Überraschung, Jordan Pickford von Everton. Pickford inzwischen seit acht Jahren die Nummer eins, sprich, seit Gareth Southgate übernommen hat. Die beiden verstehen sich, die beiden machen das so. Und Pickford hat seine größten Konkurrenten mehr oder weniger verloren in dieser Saison, Aaron Ramsdale von Arsenal, denn der hat seinen Stammplatz in North London verloren. Und deshalb ist Pickford gesetzt, wenn er auch statistisch eine seiner schwächeren Saisons gespielt hat. Auf RV in der Viererkette, Kyle Walker. Wenig überraschend, 33 Jahre alt und noch immer einer der schnellsten Spieler im England-Kader. Kapitän von Manchester City, seine Fähigkeit durch Geschwindigkeit Fehler auszumerzen, aber auch in einer Dreierkette den äußeren Innenverteidiger geben zu können, machen ihn sehr, sehr wertvoll. Kyle Walker wird bei England gesetzt sein. Das liegt aber auch daran, dass zum Beispiel Rhys James gerade sechs Monate lang verletzt war und es sehr, sehr fraglich ist, ob er überhaupt im Kader auftauchen wird. Trent Alexander-Arnold, das wissen wir auch, ist einfach nicht der Lieblingsspieler von Gareth Southgate und höchstwahrscheinlich hat TAA bessere Chancen, im Mittelfeld Einsatzminuten zu bekommen, als auf seiner natürlichen RV-Position. Ja, und auch in der Innenverteidigung hat sich demnach wenig getan und es darf ja jeder von euch, der England schon eins oder mal hat spielen gesehen in den letzten zehn Jahren, einmal tippen. Wer spielt in der Innenverteidigung bei England? Richtig. Harry Maguire und John Stones. Das Manchester-Duo. Einer von den Reds. Einer von den Sky Blues. Harry Maguire. Ja, der Mann ist unter Gareth Southgate komplett unumstritten und wenn man nach Gründen dafür suchen möchte, dann kann man zumindest sagen, dass Maguire im Vergleich zu Katastrophensaison 22-23 in der Saison 23-24 eine leicht bessere Saison gespielt hat. Bei John Stones ist das Problem, dass er dieses Jahr kaum mal langfristig fit bleiben konnte. Nur 16 Premier League-Spiele stehen zu Buche immer und immer wieder kleine Blessuren, mit denen der Mann aussetzen musste. Insgesamt, glaube ich, kann man schon sagen, dass die Innenverteidigung die Position ist, die bei England am dünnsten besetzt ist. Hinter den beiden genannten sind Louis Dunk und Joe Gomez wahrscheinlich die ersten beiden Kandidaten. Für Minuten, Fika Jotomori bleibt weiterhin unbeliebt bei Southgate. Ja, und wer jetzt genau aufgepasst hat, der weiß, wer den LV geben muss. Es ist ein gelernter RV, aber bei England hat er es schon einige Male auch links verteidigt. Genauso wie in seiner gesamten Karriere bei diversen Vereinen. Er schlägt herausragende Standards und auch er ist jenseits der 30 Kieran Trippier. Trippier bei Newcastle in dieser Saison wieder mit 10 Assists. Darauf kann man sich bei ihm einfach verlassen und dennoch nach den eigenen Standards eine etwas schwächere Saison. Aber alleine wegen seiner Standardstärke wird er ein gefragter Mann sein. Und eben auch, weil es auf dieser Position Verletzungsprobleme gibt. Die Wahrheit ist, Trippier ist inzwischen meilenweit vor Chilwell oder Luke Shaw. Unabhängig davon, dass Süthor eh kein Fan von Luke Shaw ist, war er jetzt ja auch unglaublich lange verletzt. Und auf der Linksverteidigerposition Kieran Trippier, die Nummer 1. Jetzt sind wir im Mittelfeld angekommen und hier sind wir im Bereich absolute Weltklasse-Spieler. Ich zeige euch jetzt mal das 4-2-3-1 und das hat auch Gründe. Das 4-2-3-1 ist das System, das die allermeisten englischen Fans präferieren würden. Mit einer relativ einfachen, klaren Rollenverteilung. Ich zeige euch jetzt nur mal die drei Mittelfeldspieler, nicht die beiden Flügelspieler. 4-2-3-1, Doppel-6, Declan Rice, Jude Bellingham. Klare Rollenverteilung, der eine, Declan Rice, hält die Position, ist ein tiefliegender Spielmacher, der das Spiel von hinten raus gestaltet. Jude Bellingham mit einer Box-to-Box-Rolle, die ihm etwas mehr offensive Freiheiten gewähren soll. Und Phil Foden auf einer klassischen Rolle in der oder auf der 10. Phil Foden kommt aus einer unglaublichen Saison mit Manchester City, seiner besten bis dato. 17 Tore und 8 Vorlagen, das ist nichts anderes als Weltklasse. Und auch wenn er bei City häufiger mal über den Flügel kommt, ist er bei England auf der 10 gesetzt. Jetzt guckt ihr euch das an und sagt, naja, ist doch super, warum gibt es da noch eine 4-3-3-Alternative? Und das will ich euch sagen. Denn wenn Gareth Southgate eine Sache noch nie gejuckt hat, dann die öffentliche Meinung in England. Und deshalb sagt er, 4-2-3-1 ist schön, 4-3-3 ist schöner. Naja gut, es gibt dafür eine relativ einfache Erklärung. Jude Bellingham hat in dieser Saison bei Real Madrid unter Carlo Ancelotti gezeigt, dass er nicht nur ein herausragender defensiver slash zentraler Mittelfeldspieler ist, sondern auch einer der besten der Welt, wenn er offensiv oder fast als Shadow Striker spielt. Jude Bellingham in dieser Saison 19 Tore und 6 Vorlagen. Ein Scoring-Output aus dem Mittelfeld, den Gareth Southgate natürlich gerne bewahren würde. Und deshalb sah man Anflüge von einem 4-3-3, in dem Declan Rice die Position hält und Jude Bellingham und Phil Foden in einer, ja, Doppel-8-slash-Doppel-10 sehr, sehr viel offensiven Impact haben sollen. Jetzt ist das eigentlich eine Formation ob ihrer offensiven Natur, die man Gareth Southgate, der ein sehr bedachter Coach ist, nicht unbedingt zutraut. Und ich glaube auch, dass wir die nur sehen werden, wenn es gegen deutlich schwächere Gegner geht. Ansonsten erwarte ich die Engländer im 4-2-3-1 mit Bellingham neben Declan Rice und Phil Foden auf der 10. Als Backup für Declan Rice wird höchstwahrscheinlich der bald 34-jährige Jordan Henderson noch einmal nominiert. Henderson war nach seinem Wechsel von Liverpool nach Saudi-Arabien in England stark in Kritik geraten und im Januar nach Europa zurückgekehrt. Er spielt jetzt bei Ajax Amsterdam. Und neben all der Kritik muss man einfach ganz klar sagen, John Henderson ist für diese Position als Backup für Declan Rice noch immer die beste Wahl und wird deshalb höchstwahrscheinlich im Kader stehen. Ein weiterer Spieler, der dort tatsächlich zum Einsatz kommen könnte als Backup Nummer 2, ist Trent Alexander-Arnold. Hinter dem erst 20-jährigen Jude Bellingham wartet dann das nächste Supertalent auf Einsatzzeiten und das sollte Cobby Mainou von Manchester United sein. Der 19-jährige Mittelfeldspieler gab in dieser Saison oder hatte in dieser Saison seinen Durchbruch sowohl bei seinem Klub als auch bei seinem Land und seinen starken Leistungen, haben ihm den Kaderplatz gesichert. Für mich ist er inzwischen erster Backup für Jude Bellingham. Und wer ist der erste Backup für Phil Foden? Richtig, Cole Palmer von Chelsea. Ja, der Offensiv-Allrounder wurde innerhalb eines Jahres zum wichtigsten Offensivspieler der Blauen aus Nordlondon. 22 Tore und 10 Vorlagen. Ich sag Offensiv-Allrounder, denn er kann tatsächlich vom linken Flügel bis zum rechten Flügel über die 10 fast alle spielen. Er ist der erste Backup für Phil Foden. Und wen man auch noch im Kader erwarten dürfte, ist Madison. Der gute Mann kann sowohl als Achter als auch als Zehner einspringen bei Bedarf. Und damit sind wir in unserem 4-2-3-1 auf den offensiven Flügelpositionen oder im Sturm angekommen. Nennt es, wie ihr es wollt. Wir fangen an auf der rechten Seite. Starboy, Weltklasse-Spieler, tragische Figur des letzten EM-Finals und seitdem als Spieler nur noch weiter gewachsen. Ein Weltklasse-Mann, einer der schnellsten Spieler auf diesem Planeten. 16 Tore, 9 Vorlagen in 35 Premier League einsetzen. 22 Jahre alt. Bukayo! Bukayo Saka. Ich bin riesen Fan von Saka, einer der aufregendsten Spieler in der Premier League in meinen Augen. Und seine Fähigkeit auch noch als Wingback in der Fünferkette zum Einsatz zu kommen, die ist natürlich für Gary Southgate durchaus attraktiv. Bukayo Saka auf dem rechten Flügel gesetzt. Sollte er ausfallen, wird Jared Bone mit Sicherheit im Kader stehen. Aber ich glaube eher, dass man diesen Ausfall mit Phil Foden und Cole Palmer ausgleichen würde. Sprich, einer der beiden geht auf die Flügelposition, der andere besetzt die 10. Die größere Baustelle in der englischen Offensive ist der linke Flügel. Es ist in der Offensive ganz klar die am schwächsten besetzte Position. Und wenn ich sage schwach, dann reden wir über Namen wie Marcus Rashford oder Jack Grealish. Marcus Rashford, das war der Mann, der Gary Southgates Vertrauen auf dieser Position über Jahre genoss. Aber Rashford spielt wahrscheinlich seine schwächste Premier League Saison der letzten 6 oder 7 Jahre und hat laut englischen Medienberichten das Vertrauen des Nationaltrainers verloren. Er wird mit Sicherheit im Kader stehen. Wir wissen alle, Rashford kann nicht nur auf dem linken Flügel eingesetzt werden, auch im Sturmzentrum und das sehr, sehr ordentlich. Außerdem eine gute Trefferquote für England. Aber stand jetzt hat Rashford die Nase auf seinem linken Flügel wohl nicht mehr vorne. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass Rashford jahrelang das Vertrauen von Southgate hatte. Und Vertrauen in Southgate ist so eine Sache. Er tut sich nicht wirklich leicht damit, neue Spieler in seiner Mannschaft zu implementieren. Und alleine, dass zum Beispiel Jude Bellingham, Phil Foden, Bukayo Saka, Jungs, die schon länger dabei sind, aber noch relativ jung sind, so viel Vertrauen von ihm bekommen, das ist schon ein großer Schritt. Auf dem linken Flügel findet sich so jemand noch nicht. Gordon, Anthony Gordon von Newcastle, über 20 Scorer in dieser Saison, außerdem im April sein Debüt für die englische Nationalmannschaft. Er kann wohl dabei sein, von Anfang an spielen, wird er aber eher nicht. Nicht, das bleibt vermutlich Jack Grealish vorbehalten. Grealish hat die ganze Saison nicht so richtig in den Rhythmus gefunden und auch jetzt in der Spätphase nicht. Das ist die Position, wo ich mich mit der Nominierung wirklich am schwersten tue. Und es sollte niemanden überraschen, wenn es sich dann doch anders darstellt. Für den Moment ist Grealish eingeloggt und der Grund dafür ist, dass er im letzten Jahr, in den letzten zwei Jahren, wenn er fit war, das war jetzt auch nicht immer der Fall, eigentlich gesetzt war. Ja, und dann bleibt noch ein Spieler übrig. Der Kapitän, Englands Topscorer all time, der beste Mittelstürmer der Welt, Bundesliga-Torschützenkönig, Ladies and Gentlemen, Harald Gehstock, Harry Kane. Ja, Harry Kane ist weiterhin bei England absolut elementar. Ich muss euch über ihn, glaube ich, nichts mehr erzählen, wenn ihr die Bundesliga auch nur mit einem Auge verfolgt habt. Ich will euch eine Sache sagen. Diese Offensive, die England dort an den Start bringt, wenn die ansatzweise so aufläuft, wie ich es gerade gesagt habe, Bellingham, Foden, Saka und Harry Kane haben nur in den Ligen, nur in den Ligen, keine Pokale, keine Länderspiele, keine Champions League, nichts. Nur in ihren Ligen gemeinsam 119 Scorer-Punkte. 119 Scorer-Punkte zwischen vier Spielern. Man kann ganz, ganz klar darüber reden, ob das hier die beste Offensive in diesem Turnier ist und ob das eventuell die beste Offensive ist, die jemals für eine englische Nationalmannschaft aufgelaufen ist. Hier also jetzt nochmal Gareth Southgate's 4-2-3-1 in meiner Interpretation oder das, was ich glaube, was er spielen lässt. An dieser Stelle ein großes Shoutout an unseren ehemaligen One-Football-Kollegen Matt Froelich, der mir hier bei der Aufstellung geholfen hat. Meine Diagnose für die Engländer, wenn Gareth Southgate, ein tendenziell eher defensiv denkender Trainer, es schafft, das Offensivpotenzial dieser Mannschaft auch nur ansatzweise zu entfalten, dann wird England absolut jede Mannschaft in diesem Turnier vor große Probleme stellen. Ich gehe so weit zu sagen, die Engländer gehören für mich zum aller, aller engsten Favoritenkreis. Jetzt ist es natürlich so, in den Klamotten der Engländer wird immer der Gestank des Restzweifels hängen, den chronische Versagertruppen wie die Three Lions nun mal nur durch Erfolg abschütteln können. Und ich habe die Befürchtung, dass die Engländer Mitte Juli sehr, sehr gut duften werden. Das war unser EM-Guide zu England 2024. Was denkt ihr, wo habe ich in meiner Aufstellungsprediction daneben gelegen? Und was glaubt ihr, können die Engländer tatsächlich ihren ersten Titel seit 1966 gewinnen? Alles in die Kommentare, abonniert diesen Kanal und macht's gut! Bis zum nächsten Mal!